Ich bin sehr froh, den Andreas kennengelernt zu haben. Er ist einer der besten Menschen, den ich in Berlin kennengelernt habe. Und ich bin auch sehr froh, den Andreas kennengelernt zu haben. Danke. Ich bin sehr froh, den ich in Berlin kennengelernt habe. Ich bin sehr froh, den ich in Berlin kennengelernt habe. Ich bin sehr froh, den ich in Berlin kennengelernt habe. Mit dem ich in Berlin kennengelernt habe Ich bin sehr froh, den ich in Berlin habe. Ich bin sehr froh, den ich in Berlin habe. Und ich bin sehr froh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020